Sie haben gute Karrierechancen. Ich glaube nicht, dass Sie eine große, böse Meisterspionin oder so sind. Ich glaube, Sie haben einfach nur Mist gebaut. Allerdings vermute ich, dass Sie wegen allem, was gerade los ist, wütend waren. Die Russen haben einen Angriff auf unsere Demokratie. Und kurz vor den Wahlen hat er das noch einmal bekämpft, dass sie mitgemacht haben. Reality. Waren Sie überrascht, uns heute zu sehen? Wir sorgen uns wegen des Leaks. Eine Insider-Bedrohung. Das ist mein Partner, mein Partner Wally. Hey, wie geht's? Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss für Ihr Haus. Oh, Wahnsinn, wirklich? Wollen Sie ihn sehen? Ja, bitte. 57 Kilo, Sie wollen mir wohl speicheln. Entschuldigung, das sollte ein Witz sein. Ja, aber das stand auf Ihrem Führerschein. Richtig. Da habe ich wohl gelogen. Tun wir das nicht alle? Ja. Reality. Was, wenn ich sage, ich habe Informationen, dass Sie Dinge außerhalb Ihres Aufgabenbereichs ausgedruckt haben? Der Artikel hat es aus der NSA rausgeschafft. Und die mit großem Abstand wahrscheinlichste Verursacherin sind Sie. Ich denke auch, dass Sie wesentlich mehr wissen, als Sie bisher gesagt haben. Ich will unbedingt zu einem Einsatz keine Whistleblowerin werden. Das ist doch irrsinnig. Ich möchte herausfinden, welcher Grund dahinter steckt. Jetzt mal hergucken. Reality. 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 Gab es etwas, das... Das... Einen konkreten Auslöser? OK. So Duk-II. Vielen Dank.